Vorlage in Vorbox Hochschule Professorin Field das King's College London ist das älteste College der University of London und eine der angesehensten Hochschuleinrichtungen Europas. Es wurde 1829 gegründet und erhielt seinen Namen nach der Schirmherrschaft König Georgs IV. Das College rangiert traditionell auf vordersten Positionen in nationalen und internationalen Vergleichen. Insgesamt zwölf Nobelpreisträger wurden am King's College ausgebildet oder forschten an der Universität. Es ist Mitglied der Association of Commonwealth Universities und der Russell Group, einem Verbund der forschungsstärksten Universitäten des Landes. Darüber hinaus ist es Teil des sogenannten Golden Triangle einer Gruppe von prestigeträchtigen britischen Traditions-Universitäten, die aus den Universitäten von Oxford, Cambridge sowie den Londoner Universitäten University College London, London School of Economics, Imperial College London und King's College London besteht. Besonderes Ansehen genießen die geistes-, sozial- und humanwissenschaftlichen Fakultäten. Campus King's College wurde genau neben Somerset House in Strand gegründet. Der Campus ist heute noch in Gebrauch. Das 1831 errichtete Gebäude wurde seitdem mehrfach erweitert und um das ursprüngliche Gebäude herum aufgebaut. Besonders hervorzuheben ist hierbei die 1864 von Sir George Gilbert Scott in gotisch-byzantinischem Stil entworfene College Chapel. Heute beherbergt der Strand Campus unter anderem die Fakultäten für Arts und Humanities, Low, Social Science und Public Policy und Natural und Mathematical Sciences sowie die Student S-Union. Die Universität ist seitdem um mehrere Campus gewachsen, so Gies Campus nahe London Bridge St. Thomas Campus gegenüber den Houses of Parliament, Waterloo Campus, Hempstetals Campus und Denmark Hill Campus im Süden Londons. Die meisten King's-Einrichtungen verteilen sich um das Ufer der Thames herum im Zentrum Londons. Rankings Das King's College London belegte 2015 im jährlich erscheinenden Hochschul-Ranking des Higher Education Supplement der Times den 27 und 2014 im QS World University Ranking den 16. Platz in der Welt. Bekannte Alumni Isabel dos Santos die erste Dollar Milliardärin Afrikas Dani Abseye, britischer Autor und Dichter Adewale Akenuye Agobaye, englischer Schauspieler Maruf Al-Bachit Eem, Premierminister von Jordanien Martin Bashir, britischer Journalist Abde Araman Al-Bazaz, irakischer Politiker Gottfried Bineser Eem, Präsident von Uganda Jos de Blanc, anglikanischer Theologe und Erzbischof von Kapstadt Al-Ala de Botten, Schweizer Schriftsteller und Journalist E.W. Bullinger, britischer Theologe Michael Kaplan, britischer Kronanwalt George Caray, Baron Caray of Clifton E.M. Erzbischof von Canterbury Arthur C. Clark, britischer Schriftsteller William Kingdon Clifford, britischer Philosoph und Mathematiker Michael Kulins, irischer Unabhängigkeitskämpfer Helen Sreswell, britische Schriftstellerin Quentin Crisp, britischer Autor und Entertainer Mike Dash, walisischer Historiker John Deacon, britischer Musiker Richard Doyle, britischer Forscher John Dunwoody, britischer Politiker Hefflock Helles, britischer Sexualforscher John Evan, britischer Musiker C.S. Forrestier, englischer Schriftsteller Francis Galton, britischer Naturforscher und Schriftsteller John Ayed Gardiner, britischer Dirigent und Chorleiter William Schwenk Gilbert, englischer Schriftsteller Carluster Goemkeen, britischer Ingenieur Sidney Gunn-Monroe, Generalgouverneur von St. Vincent und den Grenadinen Red Clay Fall, britische Dichterin Thomas Hardy, englischer Schriftsteller Frederick Harrison, britischer Jurist und Historiker Peter Hicks, britischer Physiker und Vater des sogenannt Hicks Teilchens Thomas Hoschkin, britischer Arzt und Pathologe Frederick Roland Hopkins, englischer Biochemiker und Mediziner Frederick Waller Stone, hatten englischer Geologe und Zoologe Simon Ns, britischer Schriftsteller Derek Jamann, britischer Regisseur B.S. Johnson, englischer Schriftsteller John Keats, englischer Dichter Mohammed Zafrola Khan E.M., Außenminister von Pakistan Oras May Breiking, Baron May Breiking, britischer Politiker Charles Kingsley, englischer Theologe Henry Kingsley, englischer Schriftsteller Glav Kosklerides, griechisch-zypriotischer Politiker Abdul Gadrico Roma, Jurist aus Sierra Leone Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen Hanif Kureishi, britischer Schriftsteller James Lothar, Enston Viscount Oldswater, britischer Politiker Andy McKay, britischer Musiker W. Samasat Moukham, englischer Schriftsteller und Arzt Edward Walter Mahunda, englischer Astronom Lemore, Premierminister von Sankt, Kitz und Nevis Michael Morpurgo, britischer Schriftsteller Sarojini Naidoo, indische Dichterin Michael Nümmann, englischer Komponist David Owen, Baron Owen of Plymouth, E.M., britischer Außenminister Tassos Papadopoulos, griechisch-zypriotischer Jurist Zerlinden Pintling, E.M., Premierminister der Bahamans Richard Anthony Proctor, britischer Astronom Surendran Reddy, südafrikanischer Komponist und Pianist Franz Albert René, E.M., Präsident der Seychellen Aliot Fadon Erohe, britischer Luftfahrtpionier Steven Rose, britischer Biologe John Ruskin, englischer Schriftsteller Kuschwan Tzink, indischer Autor und Journalist Louis Lortin, kanadischer Physiker und Chemiker Caroline Spurgeon, englische Literaturwissenschaftlerin Leslie Steffen, britischer Historiker Richard Sykes, britischer Wissenschaftler Max Tyler, südafrikanisch-US-amerikanischer Biologe Nobelpreis für Medizin Desmond Tutu, südafrikanischer-anglikanischer Erzbischof Friedensnobelpreis Harold Watkinson, ein Stone-Viscount Watkinson John Wolfe Berry, englischer Bauingenieur Virginia Woolf, britische Schriftstellerin Siehe auch, Department of War Studies King's College London Little Heart Center for Military Archives